Ich bin erfolgsorientiert, sehr ehrgeizig und will immer das Beste aus mir rausholen. Wichtiges an meiner Ausrüstung ist, dass es mir halt sehr gut passt. Ich muss mir helfen, meine sportlichen Leistungen zu verbessern, meinen Körper gesund zu halten. Das ist mir wichtig. Ich nutze Kompression nicht nur neben dem Spielfeld, sondern auf dem Spielfeld, zu Hause, auf Flügen, auf Aufsatzreisen. All die Fassungen. Ich bin erfolgsorientiert, sehr ehrgeizig und will immer das Beste aus dem Spielfeld.